Es ist Donnerstag, der 2. August und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier zu den Handelsideen für den heutigen Tag, präsentiert von TIGME, ihrem Broker für Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Ja, die Woche geht so langsam Stück für Stück zu Ende. Es gab eine Menge Bewegung in den letzten Tagen. Auch heute gibt es wieder Charts, wo sich das Hinschauen lohnt. Ludger, einen schönen guten Morgen auch an dieser Stelle. Ich hoffe, alle hier konnten die Nacht in Deutschland gut überstehen. Wir hatten ja die unterschiedlichsten Szenarien. Hier bei uns um die Ecke gab es teilweise heftige Unwetter. Also der Sommer hält weiter an und wechselt hin und her, genauso wie es in den Charts regelmäßig hin und her geht und damit natürlich auch Risiken da. Und die Risiken besprechen wir natürlich immer hier auch vorab im Webinar. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Das als, ja, To-Do für jedes Webinar von weg. Und natürlich lade ich Sie auch heute wieder ganz herzlich ein, wenn Sie hier live zuschauen und Sie mal den ein oder anderen Wunsch-Chart mit mir gemeinsam beleuchten möchten. Schauen Sie sich nicht einfach das Kürzel hier im Chat auf Facebook eingeben und dann direkt mit mir in den Markt hineinschauen. Sven Walden, auch Ihnen einen schönen guten Morgen. Bevor wir hier und heute in die Charts vom australischen Aktienindex Euro, japanischen Yen und Neuseeland-Dollar, japanischen Yen hineinschauen, Auch dir guten Morgen, Elena, werden wir natürlich noch auf die Tagesnachrichten schauen. Heute, Sie sehen es, selbst die dicken roten Dreien, die fehlen. Das heißt, wir haben jetzt nichts, was mit dem höchsten Impact auf die Märkte für heute geplant werden kann. Unvorhergesehene Dinge, die können immer kommen, das ist ganz klar. Aber all das, was wir planen können, können wir auch sehr, sehr schön für unser Trading hier an dieser Stelle nutzen. Also, was gibt es heute? Um 14.30 Uhr gibt es aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das schon mal als kleiner Vorgeschmack auf morgen. Morgen kommen ja hier entsprechend auch noch weitere Arbeitsmarktdaten aus den USA. Dann gibt es um 16 Uhr aus den USA noch das Thema zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge. Das ist auch wichtig für das Wirtschaftswachstum, weil Investitionsgüter natürlich die Nachfrage entsprechend ankoppeln. Und auch um 16 Uhr geht es in den USA um das Thema Auftragseingang im Monat Juni. Und weil heute nicht ganz so viel gelos ist, schauen wir auch noch mal auf die Themen, die hier im Raum stehen im weiteren Tagesverlauf. Oder das heißt mit nicht ganz so hoher Relevanz um 11 Uhr gibt es hier in der Eurozone den Erzeugerpreisindex. Das ist, glaube ich, etwas, der interessant ist, weil das geht immer so ein bisschen auf die Steigerungen der Erzeugerpreise ein, wie das der Name schon sagt. Und wir sehen hier, schauen Sie sich das mal an. Wir hatten im letzten Monat einen Anstieg der Erzeugerpreise um 3%. Aktuell geht man von einem Anstieg um 3,5% aus. Also Sie sehen, die Preise ziehen so langsam an und das hängt so Stück für Stück auch mit dem Thema Inflation zusammen. Wir haben ja in Europa mittlerweile so grob wieder die 2%-Marke auch erreicht. Das ist ja die Zielmarke, die die EZB auch sehr, sehr gern sehen möchte. Und dann mal schauen, wie es hier entsprechend weitergeht. Also das mal so ein paar Dinge um den ja nicht ganz so prall gefüllten Tag mit wichtigen Nachrichten. Und damit starten wir direkt auch rein in die Charts. Wir werden dann mit dem ASX, also dem australischen Aktienindex hier beginnen. Hier haben wir gerade mal noch den DAX auf der Uhr, der ja die letzten Tage wieder etwas in den Korrekturmodus übergegangen ist. Da hatten wir ja gestern im Chart schon mal drüber gesprochen, was hier passieren kann. Der hat uns nicht den Gefallen getan und hat die oberen Marktmarken hier rausgetan an den Tageshochs, wo wir dran gelaufen sind, sondern hat diese für Rücksetzer genutzt. Und das läuft natürlich jetzt hier noch ein Stück weit weiter. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen jetzt hier. AUS 200, das Kürzel für den australischen Aktienmarkt hier im Tagesschart zu sehen. Ein Chartmuster eines Dreiecks. So, Dreiecke haben eine gewisse, sag ich mal, Anziehungskraft, beziehungsweise auch einen gewissen Charme, weil man, sag ich mal, ja, irgendwo gut planen kann, an welchen Stellen Action kommt. Und auch die fortlaufende Dauer eines solches Dreiecks, die bringt uns natürlich in die Situation, dass hier diese Spitze irgendwann so nahe kommt, dass wir irgendwann hier eine Entscheidung bekommen müssen, in welche Richtung der Markt jetzt rausgeht. So, und da kommt es immer so ein bisschen darauf an, wie ist denn so ein Dreieck im Chart entsprechend verortet. Wir haben dieses Dreieck jetzt hier innerhalb eines Aufwärtstransportes. Das heißt, wir sehen hier, logischerweise, weil es ein Dreieck ist, auf der Unterseite ansteigende Tiefpunkte. Das bringt uns in die Sache zu sagen, gut, die Händler fangen jetzt immer weiter an zu kaufen. Auf der Oberseite haben wir leider aber fallende Hochs. Das heißt, die Händler fangen auch früher an zu verkaufen. In diesem Falle, wo wir dieses Dreieck jetzt hier haben, könnte man auch sagen, hier, wer das Ganze sich bezieht und nicht bei diesem vorderen Punkt anfängt, man könnte diese Linie auch hier oben drauf ziehen, auf diesem Bereich. Und da hätte man dann entsprechend hier ein ansteigendes Dreieck, wo der Druck entsprechend wächst von unten auf die Oberseite, dass es oben irgendwann rausfliegt. Also diese beiden Szenarien spielen sich hier. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, an welcher Stelle man beginnt, diese Linie entsprechend hier in den Chart hinein einzuzeichnen. Fakt ist aber eins, wir sehen momentan den Druck deutlich stärker von unten nach oben, weil wir haben schön ansteigende Hochkurs und wir sehen auch, wie der Kurs von unten immer wieder schön nach oben kommt. So, jetzt hat sich hier dieses Dreieck im Markt ausgebildet und weil es so weit in diese Spitze hineinläuft, kann es jetzt natürlich zu einer Auflösung des Ganzen kommen. Der Normalfall wäre der innerhalb eines Aufwärtstrends, dass dieses Dreieck hier nach oben aufgelöst wird. Wenn dem so ist, das heißt, dass wir irgendwo erst einmal hier drüber laufen, über diesen Top bei 6.300, wo der Markt nicht so richtig hin will. Er hat hier zwar schon mal versucht, kurz anzulupfen, ist auch über dieses Hoch hier vorne von 6.316 Punkten drüber gestiegen, aber wurde sofort wieder abverkauft. Also wir haben noch nicht den Druck da, dass der Markt jetzt massiv von oben herauf gekauft wird, dass der Markt über diese entsprechende Marke springt. Heißt also, was jetzt hier an dieser Seite interessant ist, was macht der Markt? Aktuell sind wir hier drunter gegangen, bricht der Markt diese Linie ein Stück weit nachhaltig, dann wären hier unten die Tageshochs um die 6.200 knapp 15 beziehungsweise 6.196 Punkte. Erst einmal Linien, die könnten angelaufen werden, ohne dieses übergeordnete Bild, dieses Aufwärtstrends in irgendeiner Weise auch zu verletzen. Das heißt, da ist alles noch in Ordnung. Das könnte auch relativ fix gehen, weil Sie sehen, diese Lunden hier unten auch laufen. Also es kann wirklich sein, dass der einfach mal kurz durchsticht diese Bereiche anläuft und dann nach oben geht. Das wäre das Szenario im kurzfristigen Bereich. Also dieser Chart ist jetzt wirklich eher für das kurzfristige Trading erst einmal genutzt. So wie es ausschaut, geht es jetzt nicht kurzfristig erst einmal stark nach oben drüber, weil wir sehen, oben ist der Deckel wirklich drauf. Aber die Action wird halt hier immer mehr erhöht. Der Spannungsmoment ist irgendwann immer, immer, immer größer. Und wenn nach oben beispielsweise auch der Deckel wegfliegt, dann sind wir hier halt im Bereich des Allzeithochs. Und das kann dann schon für deutliche Kurssteigerungen sorgen. Aber, und das ist etwas, das muss man hier halt auch mal sehen, wenn wir diesen Bereich hier oben hatten, schauen Sie mal hier, hatten wir die Situation hier, gab es ein Hoch, dann gab es eine tiefe Korrektur und dann hat der Markt nicht wirklich viel Kraft gefunden, oben nach raus zu gehen. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, weil die Korrektur so tief gewesen ist. Das weiß man nicht so ganz genau. Aber man kann halt hier sehen, dass wenn der Markt nach oben drüber geht, es nicht zwangsläufig immer der Fall sein muss, dass wir massive starke Kursanstiege bekommen. Das könnte hier natürlich auch passieren. Aber hier läuft die Korrektur ja deutlich flacher ab über die Zeit. Das heißt, wir haben hier einen Spannungsmoment. Und wenn der sich nach oben auflöst, wie schon gesagt, dann sind wir hier oben am Allzeithoch. Und wenn dann natürlich weitere Händler in den Markt kommen, dann kann es gut und gerne sein, dass wir hier schön weiter nach oben die Dynamik haben. Das wäre dann mal das mittelfristige Szenario, wenn sich dieser Aufwärtstrend fortsetzen sollte. Kurzfristig hier einfach mal ein bisschen schauen, was um diese untere Linie an Action da ist. Und wie schon gesagt, der Markt kann gut und gerne mal ein Stück weit nach unten stechen, um zu schauen, was hier unten passiert. Und wenn es dann wieder zurücksetzen kommt und Sie waren auf der Short-Seite unterwegs, dann haben Sie hier gute Level, um Ihre Erträge entsprechend auch einzufahren. Schauen wir mal auf zwei Währungen noch, die ich für Sie heute vorbereitet habe. Wie gesagt, ist das einmal der Euro-japanische Yen, befindet sich im Tagesschart, schön in einem Aufwärtstrend. Und jetzt werden Sie sehen, hupala, was macht denn der Seidel hier? Der zeigt uns plötzlich ein abwärtsgerichtetes Signal. Was ist denn hier los? Er hat gerade gesagt, wir sind in einem Aufwärtstrend. Ja, wir sind tatsächlich in einem Aufwärtstrend. Ich habe Ihnen den hier mal eingezeichnet. Das ist der schwarze Aufwärtstrend. Der ist mittlerweile, ich sage ich mal, in eine gute Korrektur hineingelaufen. Und wir hatten ja hier vor ein paar Tagen, vor drei Tagen, schon ein schönes Umkehrsignal gehabt, hier unten, wo der Markt auch schön nach oben gelaufen ist. Direkt hier oben, schön in diesen Widerstand rein. Und da sehen Sie halt auch, wenn so ein Umkehrsignal kommt, welche gute Rolle die Tageshochs entsprechend spielen können. Die sind hier schön abgearbeitet worden, dadurch schöne Dynamik aufgekommen. Jetzt sind wir hier oben angestoßen, gestern abgeprallt, heute schaut es nach einer Bestätigung aus. Heißt also hier, gut und gerne kann es jetzt passieren, dass der Markt noch das Tagestrief von vorgestern anläuft, um die Marke von 129,683. Beziehungsweise ohne weiteres ist es auch möglich, dass wir hier unten diesen Bereich von 129,270 entsprechend anlaufen. Dann sollte der Markt aber wirklich, wenn dieser Aufwärtstrend hier gut und gerne zügig fortgesetzt werden soll, spätestens rumdrehen. Ansonsten bekommen wir hier untergeordnet einen gültigen Abwärtstrend. Und dieser Abwärtstrend, der könnte den Markt dann natürlich noch deutlich tiefer bringen. Ich sage mal hier, das aktuelle Korrekturtief dieses Trends, das liegt ja hier unten im Bereich der Marke von 126,630. Da ist eine Menge, Menge Fleisch am Knochen dran, was verdient werden kann, beziehungsweise was man mit nach Hause nehmen kann. Bring the bacon home sozusagen. Dazu muss es aber erstmal kommen, dass wir hier den Abwärtstrend haben. Also Sie sehen, hier ist auch ein Markt, der hier in einer entscheidenden Situation steht. Wenn wir uns das Ganze mal im Stundenchat auch anschauen, dann sehen wir hier eine ganz typische Situation, dass wir kurz vor es hoch gelaufen sind, dann wieder rumgedreht haben, einen Abwärtstrend gebildet haben. Dieser Abwärtstrend ist jetzt in seiner Bewegung. Und schauen Sie mal hier unten. Hier unten ist dann dieser Support. Und das können wir halt auch nehmen. Das war ein Korrekturtief, dieser Aufwärtsbewegung hier nach oben. Das ist halt ein Bereich, bis dahin kann das Ganze gut und gerne laufen, nach oben dann drehen. Wenn das Ganze hier bricht, wie schon gesagt, dann kann es doch deutlich tiefer nach unten gehen. Und dann kommt halt auch diese Unterstützung hier unten bei 129,127 im Tagesschart auch mit rein. Also hier ist eine Menge Luft, gerade auch für das kurzfristige Trading. Wie schon gesagt, der Abwärtstrend in der Stunde ist momentan absolut valide, ist in einer weiten Bewegung. Das heißt, schauen wir uns das Ganze mal in den kleinsten Zeiteinheiten an, dann sehen wir halt auch schon, dass wir hier oben auch in den 5 Minuten schon sehr, sehr lang nach unten gelaufen sind. Und wenn das ganze Ding hier rumdreht und sozusagen diesen Markt hier bricht, da haben wir in den 5 Minuten, Sie sehen das hier, der wollte schon mal den Versuch starten, diesen Abwärtstrend zu brechen, ist dann aber wieder schwach geworden. Hier oben diese Marke, das wäre dann natürlich der Anlaufpunkt nach oben hin. Beziehungsweise jetzt sehen wir ja auch schon, wie die Dynamik eher nach unten ausläuft. Aber was wir halt auch sehen, ist, dass die Schübe der Bewegung nach unten immer flacher werden und die Korrekturen entsprechend immer tiefer werden. Das ist so ein bisschen so ein Zeichen, dass nach unten hin die Verkäufer zögerlich werden. Erst einmal ein bisschen abwarten wollen, das kann auch über eine Zeit lang so weitergehen. Dann hat man eher eine Korrektur über die Zeit. Das würde sich in so einer Bodenbildung entsprechend dann auslaufen. Das könnte hier natürlich auch passieren. Wie schon gesagt, die Stunde steht halt in ihrer Bewegung und je nachdem, wie stark der Abwärtsdruck ist, geht es dann entsprechend hier mal in eine Korrektur über oder der Markt schiebt direkt runter. Wie schon gesagt, hier unten bei 129, 683 der nächste Anlaufpunkt, den wir hier in der Stunde als Korrektur tief drin haben. Und wir bleiben heute den japanischen Yen treu. Ich hatte gestern in der Chartüberprüfung die Märkte auch gut durchgescannt und da habe ich halt gesehen, Mensch, da ist noch ein zweiter Markt, der doch interessant ist, korrelativ, natürlich, weil es auch japanischer Yen ist mit dem Euro-japanischen Yen. Und zwar ist es, wie ich das avisiert hatte, das Währungspaar Neuseeland-Dollar-japanischer Yen. Den hole ich gleich auch mal im Tageschart mit rein. Und hier haben wir das Bild, dass das Umkehrsignal hier, dieses Reversal Pattern sozusagen, in den Trendverlauf nach unten passt. Und wir sehen halt auch, was passiert. Der Markt beginnt, das ganze Spiel auch schön entsprechend schon umzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Dynamik, die nach unten läuft. Wir haben jetzt kurz vor uns aus dem Stundenchart einen Tiefpunkt, den wir anlaufen können. Wir gucken uns das Ganze gleich mal noch in der Stunde an. Schauen Sie sich mal hier den Trendverlauf entsprechend an. Wir hatten hier, hier nach oben hin, den Aufwärtstrend in der Stunde, was sozusagen die Korrektur entsprechend dargestellt hat. Und diese Marke, die wir jetzt hier unten haben, die ist halt wichtig, weil wenn der Chart sozusagen direkt hier drunter läuft, dann haben wir die Bestätigung des Umkehrsignals entsprechend hier von gestern auch definitiv da. Sie sehen, die Stunde ist auch schon deutlich abwärts gerichtet, der Markt läuft hier runter. Und wenn dieses Signal von gestern, diese Tageskerze, halt ihre Bestätigung weiter fortfindet, wir sind ja schon um das Tagestief drunter durchgelaufen, dann haben wir hier wirklich schön die Dynamik nach unten in Fortsetzung. Ja, es ist ja nicht immer nur, dass so eine Kerze auftauchen muss und dann kann man short gehen, sondern man braucht die Bestätigung. Und wenn wir diese Bestätigung weiter am Laufen haben, dann wird halt das Anlaufen hier erst einmal das Tagestief von zwei Tagen, vor drei Tagen, das war vom Dienstag hier bei um die 75,3. Dann haben wir hier die 75,177 als Tief dieser Bewegung. Und wenn das Ding dann auch gebrochen wird, ja, dann haben wir nach unten hin noch einiges am Potenzial da, weil wir haben ein paar Tagestiefs vor uns liegen. Schauen Sie hier das Tagestief vom 6. Juli um die Marke von 74,198. Entschuldigung, 74,918. Dann haben wir hier unten diesen Bereich, wo zwei Tagestiefs auch extrem nah aneinander liegen. Bei 74,527 in etwa. Da gibt es eine Menge, Menge Punkte, die nach unten dynamisch mitgenommen werden können, wo man sehr, sehr schön auch planen kann, wenn man hier short geht, wer verkauft denn nach uns, um hier unsere Gewinnmitnahmen eventuell zu planen. Also das sind wirklich sehr, sehr schöne Voraussetzungen, die wir hier sehen. Und das Schöne ist halt, wenn wir tatsächlich unter dieser Marke hier drunter laufen, und dann haben wir einen Trend, der in den übergeordneten Trend in gleiche Richtung hineinfließt. Alles das in einer Zeitanheit, das ist dann das, was häufig am entspanntesten auch gemacht werden kann. Und wie schon gesagt, wenn man früh genug mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis in den Markt hineinkommt, ist das halt ein sehr, sehr schönes Level, was man hier entsprechend auch mitnehmen kann. An dieser Stelle bin ich mit den heutigen Charts hier mit der Beleuchtung soweit fertig. Ich schaue nochmal gerade eben in den Chat auf Facebook. Fragen gibt es jetzt keine. Wenn keiner weiter einen Chat hier miteinander besprechen möchte, dann ganz gerne einfach die morgige Session auch da zu nutzen, mit mir hier auf die Märkte zu sprechen, über die Märkte zu sprechen und dann hier in den Markt hinein zu blicken. Um 8.30 Uhr haben wir wieder das Webinar offen für die Besprechung der Charts und aller, aller spätestens um 8 Uhr gibt es dann entsprechend auch den Eintrag in den Blog und damit sage ich Tschüss für heute allen gute Trades und bis morgen machen Sie es gut. Ihr Mike Seidel und bis morgen und bis jetzt